Edgar Allan Poe Der Mann der Menge Es war nicht schlecht, dieses »Es lässt sich nicht lesen«, was man von einem gewissen deutschen Buch sagte. Es gibt Geheimnisse, die nicht gestatten, dass man sie ausspricht. Menschen sterben nachts in ihren Betten, pressen die Hände gespenstischer Beichtväter, blicken ihnen erbarmen Suchend ins Auge, sterben mit verzweifelndem Herzen und gekrampfter Kehle, denn die entsetzlichen Geheimnisse, die nicht dulden, dass man sie enthüllt, erdrücken sie. Ach, hier und da nimmt das Gewissen der Menschen eine Last auf, die so entsetzlich ist in ihrer Schwere, dass sie nicht früher abgeworfen werden kann als im Grabe. Und so wird das innerste Wesen des Verbrechens nie offenbart. Vor nicht allzu langer Zeit saß ich an einem Herbstabend an dem großen Bogenfenster des Theischen Kaffeehauses in London. Ich war einige Monate krank gewesen, nun aber auf dem Wege der Besserung, und je mehr meine Kräfte zurückkehrten, desto glücklicher wurde meine Stimmung, die man als das Gegenteil von Langeweile bezeichnen konnte. Es war ein Zustand voll inneren Aufmerkens, voll heftiger Begier nach Neuem. Es war mir gewissermaßen, als blicke mein geistiges Auge, zum ersten Mal frei und unverschleiert, und der angespannte Intellekt überragte dann so sehr seinen gewöhnlichen Zustand wie der feurige und doch aufrichtige Verstand eines Leibniz, die tolle und haltlose Beretsamkeit eines Georgias. Nur zu atmen war schon eine Freude, und selbst aus den Quellen des Schmerzes wusste ich Genuß zu schöpfen. Ich nahm an allem ein stilles und doch eindringliches Interesse. Eine Zigarre im Mund und eine Zeitung auf den Knien hatte ich mich den Nachmittag über damit unterhalten, in die Zeitung zu blicken oder die anderen Gäste zu beobachten, oder durch die rauchgetrübten Scheiben auf die Straße zu schauen. Diese Straße war eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, war schon den ganzen Tag über sehr belebt gewesen, aber mit zunehmender Dämmerung wuchs die Menge der Passanten noch von Minute zu Minute, und als die Laternen angezündet wurden, wogte unaufhörlich nach beiden Richtungen ein dichter Menschenstrom vorüber. Noch nie zuvor hatte ich mich zu dieser Tageszeit in einer ähnlichen Lage befunden, und das stürmende Menschenheer da draußen gab mir seltsam neue, berauschende Gefühle. Bald kümmerte ich mich gar nicht mehr um das, was drinnen vorging, sondern vertiefte mich ganz in die Betrachtung des Straßengeboges. Meine Beobachtungen waren zunächst von ganz allgemeiner Art. Ich sah die Passanten nur als Gruppen und stellte mir ihre Beziehungen zueinander vor. Bald jedoch ging ich zu Einzelheiten über und prüfte mit eingehendem Interesse die zahllosen Verschiedenheiten in Gestalt, Kleidung, Haltung und Minenspiel. Die meisten der Vorübergehenden hatten ein zufriedenes Aussehen, wie Geschäftsleute und schienen nur daran zu denken, sich einen Weg durch Gedränge zu bahnen. Ihre Brauen waren gerunzelt und ihre Augen blickten lebhaft umher. Wurden sie von anderen gestoßen, so zeigten sie keine Ungeduld, sondern brachten ihren Anzug wieder in Ordnung und eilten weiter. Andere, und auch sie waren sehr zahlreich, hatten hastige Bewegungen und gerötete Gesichter. Sie gestikulierten und sprachen mit sich selbst, als fühlten sie sich inmitten des Getriebes in größter Einsamkeit. Wurden sie am Weitergehen verhindert, so hielten sie plötzlich mit Murmeln inne, verdoppeln aber ihre Gestikulationen und ließen mit abwesendem und müdem Lächeln die Andrängten vorüber. Wenn einer gegen sie anrannte, so verneigten sie sich viele Male und schienen vor Verlegenheit überwältigt. Außer dem eben Erwähnten hatten diese beiden großen Gruppen nichts Bemerkenswertes. Ihre Kleidung entsprach der, die man nicht ohne Ironie die Anständige genannt hat. Es waren unzweifelhaft Adlige, Kaufleute, Anwälte, Börsenleute, Patrizier und Allerweltsleute, müßige und tätige Menschen, die ihre eigenen Wege gingen und selbstständig Geschäfte machen. Sie nahmen meine Aufmerksamkeit nicht weiter in Anspruch. Die Klasse der Angestellten war leicht zu überblicken, und ich konnte sie in zwei Gruppen einteilen. Da waren die jüngeren Leute von schnell emporgeblühten, aber unsicheren Geschäftshäusern, junge Männer mit eng anliegenden Röcken, glänzenden Schuhen, pomatisiertem Haar und hochnäsigem Ausdruck. Abgesehen von einer gewissen Diensteifrigkeit, die sie nicht verleugnen konnten und die man füglich die Schreiberseele nennen könnte, erschienen mir diese Leute als die vollkommene Nachahmung dessen, was vor zwölf bis achtzehn Monaten bon temps gewesen war. Sie hatten ganz die abgelegten Manieren der ersten Gesellschaftskreise, und das, glaube ich, ist am bezeichnetsten für diese Gruppe. Die Gruppe der höheren Angestellten zu Liederfirmen war ebenso wenig zu verkennen. Man erkannte sie an ihren schwarzen oder braunen Röcken und Beinkleidern, die stets bequem saßen, an ihren weißen Westen und Krawatten, den breiten, derben Schuhen und groben Strümpfen oder Gamaschen. Sie hatten alle schon einen Ansatz von Glatze, und ihr rechtes Ohr, das schon so viele Jahre die Feder getragen hatte, hatte die komische Gewohnheit, weit abzustehen. Ich bemerkte, dass sie stets mit beiden Händen an ihren Hüten rückten und Uhren trugen, die in kurzen goldenen Ketten von plumper altmodischer Formen hingen. Sie hatten ein etwas gekünstelt ehrbares Auftreten, wenn Ehrbarkeit überhaupt gekünstelt sein kann. Ferner gab es viele entschlossen und kühn aussehende Gestalten, die ich mühelos als zur Zunft der Taschendiebe gehörig erkannte, und von der alle Großstädte heimgesucht werden. Ich beobachtete diese Herren sehr genau und konnte mir kaum vorstellen, wie sie von wirklich vornehmen Leuten jemals für ihresgleichen gehalten werden könnten. Die Weite ihrer Manschetten und ein gewisser übertriebener Freimut mussten sie sogleich verraten. Die Spieler, von denen ich nicht wenige entdeckte, waren noch leichter herauszufinden. Sie trugen die verschiedenste Kleidung, von der des tollkühnen Taschenspielers mit Samtweste, fantastischen Halstuch, goldenen Ketten und filigranen Knöpfen bis zu der des sorgfältig gekleideten Geistlichen, denn gerade dies Gewand erregte am wenigsten Verdacht. Sie alle zeichneten sich durch eine gewisse dunkle Gesichtsfarbe, ein mattes Auge und bleiche, zusammengekniffene Lippen aus. Und noch zwei andere Merkmale waren es, an denen ich sie erkennen konnte. Sie sprachen stets in gesucht leisem Tone und hielten den Daumen rechtwinklig zur Hand weit abgestreckt. Oft sah ich in Gesellschaft dieser Gauner eine Klasse von Leuten mit etwas anderem gebaren, die aber dennoch Vögel derselben Gattung waren. Man könnte sie die Herren nennen, die von ihren Witzen leben. Sie scheinen in zwei Bataillonen auf Beute auszuziehen, als Stutzer und als Militärs. Die Hauptkennzeichen der ersten Art sind langes Haar und Lächeln, die der zweiten schnürenbesetzte Röcke und Stirnrunzeln. Weiter herabsteigend auf der Stufenleiter der menschlichen Gesellschaft fand ich dunklere und schwierigere Aufgaben zum Analysieren. Ich sah jüdische Hausierer mit falten Augen, die aus Gesichtern blitzten, in denen alles andere nur das geprägegriechende Demut trug. Freche, gewerbsmäßige Bettler, die mit schälen Blicken jene Genossen besseren Schlages musterten, die nur Verzweiflung, Mitleid heischend in die Nacht getrieben. Gebrechliche, gespenstisch dürre Gestalten, auf die der Tod schon seine schwere Hand gelegt, die kraftlos daher schwankten und jedermann flehend ins Antlitz blickten, als suchten sie einen Trost, eine verlorene Hoffnung. Bescheidene junge Mädchen, die von langer Arbeit in ihr freudloses Heim zurückkehrten und eher mit tränenvollem Blick als mit Entrüstung den frechen Augen der Wüstlinge auswichen, mit denen im Gedränge selbst eine Berührung nicht zu vermeiden war. Dirnen aller Art und jeden Alters die unvergleichliche Schönheit in der Blüte ihrer Weiblichkeit, die an die Statue erinnert von der Lokajan berichtet, dass sie außen aus köstlichem, parischem Marmor, innen aber mit Kot gefüllt war. Das ekelhafte, ganz verkommene Weib in Lumpen, die runzlige, juwelengeschmückte, mit Schminke übergleisterte alte Vettel, die eine letzte Anstrengung macht, jugendlich zu erscheinen. Und das noch ganz unentwickelte Kind, das aber, durch die lange Beobachtung in allen Künsten der Koketterie erfahren, vor Ehrgeiz brennt, der älteren Schwester im Laster gleichzukommen. Trunkenbolde, zahllos und nicht zu beschreiben, manche in Flicken und Lumpen, mit verglasten Augen und blöden Schwarzen dahertaumelnd, manche in ganzen, wenn gleich schmierigen Kleidern, mit unsicher schwankendem Schritt, dicken, sinnlichen Lippen und dreistblickenden, rot gedunsenen Gesichtern. Andere, deren Anzügen man ansah, dass sie aus gutem Stoff und selbst jetzt noch gebürstet waren. Leute, deren Schritt übertrieben fest und elastisch, deren Antlitz jedoch erschreckend bleich war, deren rote Augen abstoßend wild blickten und die, wie sie sich dadurch die Menge hindurchschoben, mit zitternden Fingern nach allem tasteten, was in ihren Bereich kam. Je mehr die Nacht hereinbrach, desto mehr steigerte sich meine Interesse an der Szene, denn nicht nur änderte sich der allgemeine Charakter der Dinge, die milden Züge verschwanden in gleichem Maße, indem sich der bessere Teil der Leute zurückzog und die rohen Elemente drängten sich kühner hervor, je mehr die späte Stunde alle Gemeinheit aus ihren Höhlen lockte, sondern hatten es auch jetzt noch auf die Strahlen der Gaslaterne, die zuerst im Kampf mit dem sterbenden Tageslicht nur schwach gewesen, die Herrschaft erlangt und warfen über alles ein flackerndes, glänzendes Licht. Alles war dunkel und dennoch strahlend, gleich jenem Ebenholz, mit dem er den Stil Tertullians verglichen hat. Die seltsamen Lichtwirkungen fesselten meine Blicke an einzelne Gesichter, und obgleich die Schnelligkeit, mit der die Menge da draußen in Licht und wieder in Schatten trat, mich verhinderte, mehr als einen Blick auf jedes Antlitz zu werfen, so schien es doch, als ob ich infolge meiner besonderen Geistesverfassung imstande sei, in einem Augenblick die Geschichte langer Jahre zu lesen. Die Stirn an den Scheiben war ich solcher Art beschäftigt, die Menge zu studieren, als plötzlich ein Gesicht auftauchte, das eines hinfälligen alten Mannes von etwa 65 oder 70 Jahren, ein Gesicht, das mich sofort in Bann hielt und mit der unerhörten Eigenart seines Ausdrucks meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Nie vorher hatte ich etwas gesehen, das so sonderbar gewesen wäre wie dieser Gesichtsausdruck. Mein erster Gedanke bei seinem Anblick war, wie ich mich gut erinnere, der, das Netsch, hätte er es gesehen, ihm unbedingt vor allem anderen Modellen zu seiner Verkörperung des Satans den Vorzug gegeben haben würde. Als ich während der kurzen Zeit, da ich den Alten das erste Mal sah, mir schnell über den Eindruck, den er auf mich machte, Rechenschaft zu geben suchte, tauchten vor meinem geistigen Auge die wirren und widersprechenden Vorstellungen auf von unendlicher Geisteskraft, Vorsicht, Dürftigkeit, Geiz, Kälte, Bosheit, Blutdurst, von Frohlocken, Heiterkeit, wildestem Entsetzen und tiefer unendlicher Verzweiflung. Ich fühlte mich seltsam aufgeregt, angezogen und in Bann gehalten. Welch eigenartige Geschichte, sagte ich zu mir selbst, ist zu diesem Busen eingegraben. Dann befiel mich ein heftiges Verlangen, den Mann im Auge zu behalten, mehr von ihm zu erfahren. Heilig zog ich meinen Mantel an, nahm Hut und Stock und eilte auf die Straße, wo ich mir in der Richtung, in die er gegangen war, durch die Menge einen Weg bahnte, denn er war schon verschwunden. Mit einiger Mühe gelang es mir, ihn wieder in Sicht zu bekommen. Ich näherte mich ihm und folgte ihm dicht, doch vorsichtig, um nicht seine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich hatte jetzt gute Gelegenheit, ihm eingehend zu mustern. Er war von kleiner Gestalt, sehr mager und ersichtlich sehr hinfällig. Seine Kleidung war im Großen und Ganzen schmierig und zerlumpt, doch als er hier und da ins helle Licht einer Laterne trat, gewahrte ich, daß seine Wäsche, wenn auch schmutzig, so doch von feinstem Gewebe war, und wenn meine Augen mich nicht täuschten, so erspähte ich durch einen Riß in seinem fest zugeknöpften und offenbar aus zweiter Hand erworbenen Regenmantel den Schimmer eines Diamanten oder eines Dolches. Diese Beobachtung erhöhte meine Neugier. Ich beschloss, dem Fremden zu folgen, wohin er auch gehen mochte. Es war jetzt tiefe Nacht, und ein dichter, feuchter Nebel lagerte über der Stadt, der bald in andauernden, heftigen Regen überging. Dieser Witterungswechsel hatte auf die Menge eine große Wirkung. Ein wildes Hasten setzte ein, und die Welt von Regenschirmen wogte darüber hinweg. Das Drängeln, das Stoßen und das Summen verstärkte sich um das Zehnfache. Ich für meinen Teil machte mir nicht viel aus dem Regen, obgleich das noch nicht ganz überstandene Fieber in mir der feuchten Kühle gar zu bedenklich entgegenlechzte. Ich band mir ein Taschentuch um den Mund und schritt weiter. Eine halbe Stunde lang bahnte der Mann sich mühsam seinen Weg durch die belebte Straße, und hier ging ich dicht an seiner Seite aus Furcht, ihn aus den Augen zu verlieren. Da er nie den Kopf fand, um zurückzuschauen, bemerkte er mich nicht. Endlich bog er in eine Querstraße ein, auch dort war das Getränke sehr stark, immerhin aber bei weitem nicht so, wie in der soeben von uns verlassenen Hauptstraße. Jetzt endete er sein Benehmen. Er ging langsamer und planloser als vorher. Er zögerte. Er kreuzte wiederholt und ohne ersichtlichen Grund die Straße, und das Getränke war noch so groß, daß ich bei jeder solchen Gelegenheit eben dicht auf den Fersen kleiben mußte. Die Straße war lang und schmal, und er verfolgte sie wohl eine Stunde lang. In dieser Zeit hatte die Zahl der Passanten abgenommen, bis etwa zu der Menge, wie man sie mittags auf dem Broadway nahe beim Park antrifft. So groß ist der Unterschied zwischen der Einwohnerzahl von London und der belebtesten Stadt Amerikas. Eine weitere Wendung brachte uns auf einen glänzend erleuchteten, vom Leben übersprudelnden Platz. Der Fremde nahm sein altes Gebaren wieder an. Er ließ das Kinn auf die Brust sinken, während seine Augen unter den gerunzelten Brauen gegen alle, die ihm in den Weg kamen, Blitze schossen. Er verfolgte seinen Weg ruhig und mit Ausdauer. Ich war indessen nicht wenig erstaunt, als er, nachdem er die Runde um den Platz beendet, kehrt machte und seine Schritte wieder zurücklenkte. Noch mehr erstaunte ich darüber, dass er diese Runde mehrmals wiederholte, wobei er mich einmal bei einer plötzlichen Wendung fast entdeckte. Mit dieser Leibesübung brachte er eine weitere Stunde zu, gegen deren Schluss uns weit weniger Passanten begegneten als vorher. Es regnete in Strömen, die Luft wurde kalt, und die Menschen zogen sich in ihre Behausungen zurück. Mit einer Gebärde der Ungeduld wandte sich der Wanderer einer verhältnismäßig öden Seitenstraße zu. Diese lief er wohl eine Viertelmeile lang mit einer Eilfertigkeit hinunter, wie ich sie bei einem so bejahten Manne nicht vermutet hätte, und die es mir schwer machte, ihm zu folgen. In wenigen Minuten hatten wir einen großen und sehr besuchten Bazar erreicht, mit dessen Lokalitäten der Fremde wohlvertraut zu sein schien, und wo er wieder wie vorher im Gedränge sich planlos der scharfen Käufern und Verkäufern hindurchschob. Während der etwa anderthalb Stunden, die wir hier zubrachten, bedurfte ich meinerseits der größten Vorsicht, um mich in seiner Nähe zu halten, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen. Glücklicherweise drug ich ein paar Gummischuhe und konnte mich daher lautlos vorwärts bewegen. Er gewahrte nicht einen Augenblick, dass ich ihn beobachtete. Er ging von Laden zu Laden, trat in jeden hinein, sprach kein Wort und besah sich alles mit irren, ausdruckslosen Blicken. Ich war jetzt über sein Benehmen aufs Höchste verblüfft und nahm mir fest vor, nicht eher von ihm zu weichen, bis ich einigermaßen über ihn Bescheid wußte. Eine laut tönende Uhr schlug elf, und die Menge verließ eilig den Bazar. Ein Ladenbesitzer, der einen Schalter einhängte, stieß den Alten an, und im selben Augenblick sah ich ihn zusammenschauern. Er eilte in die Straße, sah sich einen Augenblick ängstlich um und lief dann mit unglaublicher Geschwindigkeit durch viele krummen, menschenleere Gassen, bis wir von Neuem in der großen Verkehrsader auftauchten, von der wir ausgegangen waren, die Straße des däischen Kaffeehauses. Sie bot indessen nicht mehr denselben Anblick. Sie erstrahlte noch immer im Licht der Gaslatern, aber der Regen fiel heftig, und es waren nur wenig Leute zu sehen. Der Fremde erbleichte. Er machte mürrisch einige Schritte auf der vordemensumlebten Straße, schlug dann mit einem schweren Seufzer die Richtung nach dem Fluß ein, und durch eine Menge verschiedener Straßen hindurchrastend, kam er schließlich bei einem der Haupttheater heraus. Es war kurz vor Toreschluss, und die Besucher strömten aus den Pforten. Ich sah, wie der alte Mann tief Atem holte, als er sich in die Menge stürzte. Ich sah aber auch, dass die tiefe Pein in seinen Zügen etwas nachgelassen hatte. Sein Kopf sank wieder auf die Brust. Er machte wieder denselben Eindruck, wie zu Anfang. Ich bemerkte, dass er jetzt die Richtung nahm, welche die größere Anzahl der Theaterbesucher eingeschlagen. Hinter den Zweck seines wunderlichen Tuns aber konnte ich noch immer nicht kommen. Während er so seinen Weg fortsetzte, zerstreuten sich die Leute allmählich, und seine alte Unrast befiel ihnen von Neuem. Eine Zeit lang folgte er einer anderen Gesellschaft, von etwa zehn bis zwölf Nachtschwärmern, doch um einen nach dem anderen verringerte sich diese Zahl, bis schließlich nur noch drei in einer engen und düsteren Menschen, deren Gasse zurückblieben. Der Fremde hielt inne und schien für einen Augenblick in Gedanken versunken. Dann eilte er mit allen Anzeichen innerer Aufregung einen Weg hinunter, der uns an die äußerste Grenze der Stadt führte, in weit andere Gegenden, als wir bisher durchquert hatten. Es war das geräuschvollste Viertel Londons, wo alles den Eindruck erbärmlichster Armut und verzweifelten Verbrechertums machte. Beim düsteren Licht einer vereinzelten Laterne sah man hohe, alte, wurmstichige Holzbauten, die in so verschiedenen und wunderlichen Stellungen dem Einsturz entgegensanken, dass die Gässchen zwischen ihnen kaum noch angedeutet waren. Die Pflastersteine lagen, von üppig wucherndem Gras aus ihren Betten gehoben, lose umher. Ekelhafter Unrat verweste in den verstopften Gossen. Die ganze Atmosphäre war gedrängt von Kram und Elend. Doch vernahmen wir, als wir so weiter gingen, allmählich wieder menschliche Laute und schließlich sah man ganze Banden des verworfensten Londoner Pöbels hin- und hertaumeln. Das alten Mannes Lebensgeister flammten wieder auf, wie eine Lampe vorm Verlöschen. Noch einmal strebte er elastischen Schrittes vorwärts. Als wir plötzlich um eine Ecke bogen, drang eine Flut von Licht auf uns ein und wir standen vor einem der riesigen Vorstadt-Tempel der Unmäßigkeit, einem Palast des Brandweinteufels. Es war jetzt fast Tagesanbruch, doch eine stattliche Anzahl elender Trunkenbolde drängte im protzigen Eingang hin und her. Mit einem leisen Freudenschrei erzwang der Alte sich den Zutritt, nahm sofort sein ursprüngliches Wesen wieder an und schritt ohne ersichtliches Ziel inmitten der Menge umher. Er war jedoch noch nicht lange beschäftigt, als ein Drängen nach den Türen verriet, dass der Wirt sich anschickte, sie für die Nacht zu schließen. Es war mehr als Verzweiflung, was ich jetzt auf dem Antlitz des seltsamen Wesens geschrieben sah, dessen Beobachtung ich mich so ausdauernd gewippnet hatte. Aber er hielt in seinem Lauf nicht inne, sondern lenkte mit wahnsinniger Hartnäckigkeit seine Schritte wieder dem Herzen des mächtigen London zu. Rastlos und eilig floh er dahin, während ich ihm in höchster Verblüffung folgte, fest entschlossen, nicht von diesem Studium zu lassen, für das ich jetzt ein verzehrendes Interesse fühlte. Die Sonne ging auf, während wir weiterschritten, und als wir wiederum jenen belebtesten Teil der folgreichen Stadt, die Straße des Däischen Kaffeehauses, erreicht hatten, bot diese ein Bild von Hast und Emsigkeit, das hinter dem vom Vorabend kaum zurückstand. Und hier, inmitten des von Minute zu Minute zunehmenden Gewirrs, setzte ich standhaft die Verfolgung des Fremden fort. Er aber ging wie immer hin und zurück und verließ während des ganzen Tages nicht das Getümmel jener Straße. Und als die Schatten des zweiten Abends niedersanken, war ich todmüde und stellte mich dem Wanderer kühn in den Weg und blickte ihm fest ins Antlitz. Er bemerkte mich nicht. Er nahm seinen traurigen Gang wieder auf, in der es ich, von der Verfolgung abstehend, in Gedanken versunken zurückblieb. Dieser alte Mann, sagte ich schließlich, ist das Urbild und der Dämon des Triebes zum Verbrechen. Er kann nicht allein sein. Er ist der Mann der Menge. Es wäre vergeblich, ihm zu folgen, denn ich werde weder ihn noch sein Tun tiefer durchschauen. Das schlechteste Herz der Welt ist ein umfangreicheres Buch als der Hortulus Anime und vielleicht ist es nur eine der großen Gnadengaben Gottes. Dies, es lässt sich nicht lesen. zählen. Die Ngrund gehen. Untertitelung des ZDF, 2020